In der Einöde der Mojave-Wüste ist jemand hungrig, mordshungrig. Nach The Hills Have Eyes, The Texas Chainsaw Massacre, sehen Sie die grausamste unter den wahren Geschichten. Hillside Cannibals, Blutgericht der Menschenfresser, was als harmloser Ausflug beginnt, endet in einer tödlichen Mahlzeit. Auf dem Speiseplan Mensch. Wenn das Lagerfeuer lodert, erwachen 400 Jahre alte Jäger. Aus dem Inneren der Erde schnellen sie hervor und reißen ihre Beute in Stücke. Lebendig gefressen gibt es kein Entkommen vor den Ungetümen mit den Urinstinkten. Lauf um dein Leben, versteck dich oder lande zwischen den fauligen Reißzähnen der... Hillside Cannibals, Blutgericht der Menschenfresser. Wo andere Blutblockbuster aufhören, fängt Hillside Cannibals erst an. Wenn die karge Wüste zum Schlachthof wird, färbt sich der sengende Sand blutrot. Hillside Cannibals, Blutgericht der Menschenfresser. Fresser.